Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Well-Lorsche-Stuel-Kanal. Hier und heute will ich mal über ein Thema reden, das dann wieder gerade wahrscheinlich die Traditionsfans extrem aufregen wird. Und wo es mich persönlich wundert, dass es bisher noch nicht die ganz große Runde im Internet gemacht hat. Ich dachte eigentlich, nachdem das getwittert worden ist vom LaLiga-Account, dass es erstmal explodieren wird, so wie es immer ist, wenn irgendeine Neuerung stattfindet, dass alle immer durchdrehen. Ihr kennt es ja gerade im europäischen Fußball, sobald eine Neuerung ist, sobald irgendwo ein Investor einsteigt, wenn irgendein neuer Verein hochkommt, wenn irgendwas irgendwie passiert, was mit Geld, Investor und Kommerzialisierung zu tun hat, dann drehen immer die ganzen Traditionsfans gerade hier in Deutschland durch. Und ich bin da auch immer jemand, der sehr gerne dann dagegen schießt, weil ich mir immer wieder denke, ey, wacht endlich mal auf, wir sind im Jahr 2023 inzwischen, wenn ihr Steinzeitfußball gucken wollt, okay, dann bleibt halt bei irgendwelchen Mannschaften in den achten Ligen oder so, dann habt ihr den reinen Fußball. Aber kommt mal klar so. Jetzt aber kommen wir zu einer Ebene, die mir persönlich tatsächlich auch mal nicht gefällt, weil nicht alles finde ich gut, was so im kommerziellen Bereich im Fußball passiert. Ich bin bei vielen Sachen cool, ich kann viele Entwicklungen verstehen und ich finde auch viel Hate, zum Beispiel gegen Leipzig und so, einfach nur schlichtweg dumm. Aber wir haben jetzt vielleicht einen Punkt, über den wir zumindest mal diskutieren müssen, den ich aber tatsächlich trotz allem, auch wenn ich dem Ganzen kritisch entgegensehe, trotzdem immer noch irgendwo auch verstehen kann, weil es vielleicht der einzig nötige Schritt ist, um irgendwie noch mithalten zu können mit der Premier League. Wovon rede ich hier denn die ganze Zeit? Es geht um das hier, was ich euch jetzt mal einblende. Ihr seht das jetzt gerade, lasst es kurz wirken. Ihr seht richtig, Real Madrid gegen Barcelona, ein Ligaspiel, El Clasico, das krasseste Spiel vielleicht in der Historie des Weltfußballs, in Mexiko. Das wurde getwittert vom offiziellen Account der La Liga. Mich wundert es, wie gesagt, dass es noch nicht überall gespreadet worden ist. Ich habe es in italienischen Medien gelesen, habe dann mal ein bisschen gegoogelt, habe dann schon gesehen, okay, mexikanische Medien haben das Ganze natürlich auch direkt aufgegriffen gehabt. Man hat auch schon Fox Sports, hat auch schon darüber berichtet, aber es ist noch nicht so, dass es überall angekommen ist. In Deutschland habe ich nicht eine einzige Nachricht dazu gefunden, was mich sehr wundert, weil eigentlich das ist ja schon ein Schritt, den hier eine Liga geht, der extrem ist. Aber man muss dazu sagen, der Tweet wurde auch schnell gelöscht. Jetzt weiß man natürlich nicht, okay, war das ein Versehen und ist das vielleicht nur eine Idee, wozu man schon mal eine Grafik gemacht hat etc. Und das könnte dann zukünftig vielleicht sein. Oder ist es halt so, dass es doch stattfinden wird, aber man es wann anders erst announcen will. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Das ist natürlich nur Spekulation. Dementsprechend ist es noch nicht fix, dass dieses Ligaspiel der La Liga in Mexiko stattfinden wird, also in einem anderen Land als Spanien. Aber trotzdem ist das Thema extrem interessant, weil wir müssen uns vor Augen führen, dass das ein nächster Schritt sein könnte im Weltfußball. Lassen wir das erstmal sacken. Und ich weiß, die Ärzten schreien gleich, nein, keine Ligaspiele da und dies und das und jenes und blau und cool, cool down, cool down. Man muss die Sachen einfach sachlich und ruhig sehen, rational sehen und erstmal schauen, gibt es dafür Pros und Kontras. Als allererstes würden viele jetzt mit dem amerikanischen Sport kommen und sagen, hey, was regt ihr euch alle auf, ihr Traditionsfans? Wenn die NFL nach München kommt, seid ihr doch auch alle im Jubeln und findet es geil, wenn die hier sind. Also seid keine Heuchler. Aber ist ein Punkt, den muss man ganz klar machen. Genauso wie wenn die NBA in Europa ist, also die London Games oder Paris war zuletzt, also Paris zuletzt Games. Da freuen wir uns Europäer doch auch, wenn man dorthin gehen kann und das nötige Kleingeld hat. Habe ich leider nicht, sonst wäre ich da gewesen. Auf jeden Fall ist es auch geil. Deswegen verstehe ich schon mal den Punkt grundsätzlich, Ligaspiele außerhalb Europas anbieten zu können. Werden natürlich für die Bevölkerung, wo es dann stattfindet, super, super geil. Weil der Weltfußball spielt nun mal in Europa. Wir haben die besten Vereine, wir haben den besten Fußball und das Interesse auf der Welt wird natürlich auch immer größer und größer. Und es ist eine Option, die man auch noch ziehen kann, um einfach marketingtechnisch natürlich nachzulegen. Ist natürlich das Ding, sollte man das tun, sollte man das nicht tun. Und hier ist nicht nur die Frage, sollte man das tun, sondern muss man es vielleicht sogar. Ich sage ganz ehrlich, ihr wisst, ich bin wie gesagt kein Gegner von Kommerzialisierung, kein Gegner von Investoren, kein Gegner von alles, was irgendwie neu ist, wie viele Traditionsfans, die gegen alles irgendwie sind und am liebsten halt Steinzeitfußball nur sehen wollen. Ich bin absolut kein Gegner. Aber das ist durchaus noch so ein Punkt, wo ich sage, den müssen wir wirklich diskutieren und da müssen wir aufpassen ein bisschen. Denn man kann nicht immer nur sagen, ey guck mal, das machen die amerikanischen Sportarten, lass uns das auch machen, weil das sind zwei komplett verschiedene Systeme. Wir haben hier einmal das System mit Vereinen, mit Ligen, mit Auf- und Abstiegen, mit wirklich, wo es ums rein Sportliche im Vordergrund geht. Natürlich sind das alles auch kapitalistisch getriebene Vereine, die fette Gewinne machen wollen. Es ist natürlich schon viel, viel mehr als nur das Sportliche, aber das ganze System ist immer noch sportlich aufgebaut. In Amerika haben wir ein Franchise-System. Das heißt, es geht von Anfang an um viel, viel mehr. Die Ligen sind gegründet worden von damaligen Multimillionären und heutigen Milliardären. Es ist ein ganz, ganz eigenes System und man sieht es ja auch, wie ganz anders es gespreadet sind und wie auch die Fan-Basen komplett anders aufgebaut sind. Es ist einfach komplett was anderes, weswegen der Punkt für eine amerikanische Liga, eine Franchise-Liga, Spiele in Europa stattfinden zu lassen, was ganz anderes ist, als wenn man jetzt sagt, ey, wir nehmen jetzt mal von der Bundesliga, und in dem Fall La Liga die Spiele und lassen sie woanders stattfinden. Es ist ein ganz, ganz anderer Talk, den wir hier dann haben. Aber es ist ein Talk, den wir wahrscheinlich machen müssen, aufgrund dessen, dass alle anderen Ligen, bis auf die Premier League, eigentlich jedes Tool nutzen müssen fast schon, um mit der Premier League mithalten zu können. Und ich weiß, jetzt werden wieder viele schreien, ach, ist mir scheißegal, der internationale Fußball. Ich gucke mir nur meinen Verein an und beiße meine Bratwurst. Ja, das ist eine schöne kleine Sicht. Dann bleib in deiner Box und guck du nur deinen Verein. Aber so läuft der Weltfußball nicht. Man muss alles heutzutage in der Welt global sehen. Und für die Ligen ist es essentiell wichtig, irgendwie mithalten zu können mit der Premier League. Die Premier League ist momentan sowas von weit voraus. Sowas von weit voraus. Und auch du mit deiner Bratwurst im Mund kannst eigentlich nicht so glücklich sein, wenn du dir Bundesliga anguckst und siehst, dass Bayern München wahrscheinlich schon wieder Meister wird. Das ist halt nicht attraktiv. Du willst dir halt auch einen Sportwettbewerb angucken und wissen, ey, die Besten duellieren sich. Alle werden immer irgendwie besser und versuchen sich zu steigen. Und der Allerbeste gewinnt dann am Ende. Wenn es aber immer und immer und immer wieder den gleichen Sieger gibt, dann macht es keinen Spaß zu gucken. Du guckst dir doch auch keine Serie an, wo du das Ende schon kennst. Dann brauche ich die Serie nicht mehr gucken, meiner Meinung nach. Und das Problem haben wir. Wir hatten die Juve-Dominanz zum Beispiel in der Serie A. Und seitdem Juve nicht mehr in der Spitze ist, bei allem Respekt vor den anderen Teams momentan. Die Serie A hat kein einziges absolutes Top-Team, auch wenn Napoli gerade eine geile Saison spielt. Die sind immer so am Struggle. Auf und Ups, Auf und Ups. In der Bundesliga hat man wirklich Glück, dass man den FC Bayern München hat. Aber der Rest der Liga ist lächerlich im internationalen Vergleich, wenn man ganz ehrlich ist. Die auch nur diese Auf und Ups haben. Und in der La Liga sieht es ja auch ähnlich aus. Seitdem Barcelona da ein bisschen weggebrochen ist aus ihrer Prime, hast du nur noch Real Madrid. Und du hast aber dann auch in den Ligen an sich, die Attraktivität nimmt immer mehr ab, um ehrlich zu sein. Es wird nicht wirklich attraktiver, sind wir ganz ehrlich. La Liga, Serie A und Bundesliga. Du könntest locker acht Teams in die zweite Liga stecken, so wie sie teilweise spielen. Und ich liebe diese Ligen alle drei. Ich gucke mir die an. Es ist kein Hate gegen die Ligen. Aber wenn du dir dann mal die Premier League anguckst, da kannst du dir gefühlt jedes Spiel angucken. Und es ist von der Qualität her einfach beeindruckend. Und wahrscheinlich sind wirklich, heute sind wir da angekommen, dass Abstiegskandidaten in der Premier League durchaus Chancen hätten, Europa-League-Teilnehmer zu sein, in den anderen Ligen. Und das ist Stand heute. Es wird aber immer krasser und krasser, weil natürlich die finanziellen Rahmenbedingungen in der Premier League ganz andere sind als in den anderen Ligen. Und das hat sich die Premier League erarbeitet. Da kann man haten, was man will. Da kann man immer nur sagen, da waren ja nur blöde Investoren und bla. Da kann man viel immer gegen haten. Aber halten wir mal fest, sie haben seit den 90er Jahren, seit Mitte der 90er daran gearbeitet, wo ihre Liga heute ist. Während alle anderen, nehmen wir zum Beispiel die Serie A, die in den 90ern noch die klar beste Liga der Welt war, komplett alle verschlafen haben. Die versuchen das nach und nach aufzuholen. Aber der Vorsprung ist nun mal da. Und durch die englische Sprache haben sie auch noch mal gewisse Vorteile, die du wahrscheinlich auch sowieso kaum noch einholen kannst. Aber du musst halt nahezu jedes Tool nutzen. Wir sehen zum Beispiel auch in Deutschland, es gibt die Diskussion, die Ex-DFL, war das DFL oder DFB? Ne, DFL war es, Hopfen oder so hieß die. Ich habe ihren Namen nicht mehr im Kopf. Die hat ja auch schon mal mehrmals angesprochen, ey, vielleicht brauchen wir ein Playoff-System in der Bundesliga. Und ja, ich weiß, das ist sehr, sehr unbeliebt. Andererseits, aber wenn Bayern München jetzt 20 Jahre Meister wird, dann guckt sich das im Ausland kein Mensch mehr an irgendwann. Und ein Playoff-System finde ich persönlich auch nicht geil in der Liga, sage ich euch ehrlich. Auch hier wieder europäischer Sport ist was anderes als amerikanischer. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, dass wir wenigstens wieder Spannung in der Bundesliga haben, dann sage ich, okay, go for it. Ich bin kein Fan davon, aber dann mach es. Du musst das Produkt Bundesliga aufwerten. Und wenn es die einzige Möglichkeit ist, die dir dann noch bleibt, dann mach es. Weil du wirst den Rückstand aber auch hier, das ist nur eine Liga, da kannst du das Playoff-System aufwerten. Wird es aber irgendwie die Premier League attackieren können damit? Nein. Und das heißt, du musst jedes Tool vielleicht versuchen zu nutzen. Und da ist natürlich Auslandsvermarktung ein entscheidender Knackpunkt. Wie gesagt, die Premier League ist ja das Nonplusultra. Aber wenn du zum Beispiel als La Liga sagst, ey, wir sind bereit, auch unser krassestes Spiel, El Clasico, im Ausland stattfinden zu lassen. Natürlich ist es schade für die Fans, für die einheimischen Fans. Aber wenn du damit Märkte erschließen kannst, die du heute noch nicht hast, mit solchen Aktionen, dass du vielleicht sagen kannst, ich nehme jetzt mal Mexiko, du gehst jetzt vielleicht nach Asien, sagen wir die Serialist, Interjuve in China zum Beispiel spielen. Und du schaffst es dadurch für die Serie A 300, 400 Millionen Chinesen nicht nur ein Szenario für dich zu gewinnen. Dann kannst du natürlich immer wieder ranrücken an die Premier League. Und das sind halt Tools, wie gesagt, ich bin davon kein Fan, die man einfach aber in Betracht ziehen muss. Denn wir müssen natürlich schon schauen, wie wird der europäische Fußball in 10, 15 Jahren aussehen? Weil momentan ist es ganz klar so, dass es in eine falsche Richtung geht. Wenn man sich anguckt, wir haben eine Liga, die ist klar die nominantste Liga, die ist klar die qualitativ-best-Liga. Und da haben Abstiegskandidaten Spieler, die sich teilweise nicht mal Champions-League-Clubs in anderen Ligen leisten können. Das ist schon so ein krasses Ungleichgewicht. Wir haben auch die Idee der Superliga gehabt, die leider nicht umgesetzt worden ist. Und ja, ich sage leider, weil die Idee der neuen Champions League, die wir demnächst haben, mit 36 Teams, mit einer aufgeblähten Gruppenphase, immer unattraktiver wird. Und du musst halt gucken, wie bleibst du konkurrenzfähig? Entweder du findest eine europäische Lösung. Hier aber auch wieder das Ding, machen wir uns nichts vor, warum soll die Premier League irgendwas abgeben? Die haben sich selbst erarbeitet, jeder denkt an seinen eigenen Arsch. Also müssen die anderen Ligen nachziehen und da eben vielleicht Sachen machen, die vielleicht auch wir europäischen Fans wiederum nicht so geil finden, aber die vielleicht nötig sind. Denn auch hier darf man nicht vergessen, die vier, fünf Top-europäischen Ligen geben ja auch mehr oder weniger einen Scheiß auf die niederländische, belgische Liga und Co. Da guckt jeder immer nur nach seinen Scheiß. Und grundsätzlich soll das Video auch erstmal nur dazu sein, dass ihr euch schon mit den Gedanken zumindestens anfreunden solltet, dass wir vielleicht innerhalb der nächsten fünf Jahre es mal haben, dass wir Spiele sehen wie Juve Inter im Ausland, Barcelona, Real Madrid im Ausland. Die Premier League, da bin ich mir relativ sicher, die werden vielleicht, vielleicht können die sich es erlauben, nichts zu machen, aber ich denke einfach, dass die Premier League in dem Sinne mit ihrem Konstrukt und Co. sofort bereit werden mitzuziehen, sofort bereit werden mitzuziehen. Und jede Liga, die dann schläft, sagen wir, die La Liga ist wirklich die Liga, die das als erstes macht, dann werden die anderen mitziehen müssen. Und die Premier League, da bin ich mir sicher, zieht mit. Ich denke auch, dass die Serie A, die auch schon ihre Supergruppe in Saudi-Arabien hatte, mitziehen würde. Das wäre dumm, es nicht zu tun. Aber gerade, wenn ich jetzt mal nach Deutschland, Bundesliga gucke, weil hier ist immer das mit Tradition und Co. immer noch extrem hochgehoben. Klar kann man dann sagen, wir machen das Ganze nicht mit. Aber es könnte dieser Next Step sein in dieser ganzen Entwicklung des Fußballs, die, wenn du denen nicht mit warst, noch weiter zurückfällst und irgendwann halt einfach irrelevant bist. Weil sind wir ehrlich, gerade aus deutscher Sicht muss man wirklich froh sein, dass wir den FC Bayern München haben, weil ansonsten wäre die Bundesliga irrelevanter. Wirklich irrelevant leider. Und das wäre schade. Finde ich es grundsätzlich gut, auch nochmal so, um irgendwie einen Abschluss zu finden. Ihr merkt auch, es ist nicht so ein Video, wo ich ganz klar boom und boom eine ganz klare Meinung habe. meine Meinung ist, ich hoffe, es passiert nicht, aber man muss Lösungen finden. Wenn, du musst eine alternative Lösung finden, aber eigentlich ist es momentan, mein logischer Kopf sagt, du musst es machen, weil wie willst du mit der Premier League mithalten? Aber mein Herz sagt, mein Vereinsdasein, also das, ich sage, Ligaspiele im Ausland, das widerstrebt mir. Aber gut, Emotionen sind das eine, Rationalität das andere. Meistens ist es doch sinnvoller, nach Rationalität zu handeln, ob es einem dann gefällt oder nicht. Aber gut, euer Verlust schmelzt sich vieles erst ab. Wie findet ihr das Ganze? Gerne unten in die Kommentare. Bitte sachlich bleiben. Bitte bei dem Thema nicht, scheiß Kommunizialisierung, alles Kacke, sondern wirklich mal, lasst euch das auch mal so durch den Kopf gehen und ja, wie würdet ihr es grundsätzlich finden? Gerne unten in die Kommentare. Euer Verlust schmelzt sich ab und bye, bye.